Hallo, willkommen zurück hier bei unseren Let's Play. Ja, genau, hallo. Ja, wie ihr seht, hat sich schon einiges getan wieder mal. Ja, wir waren mine, hauptsächlich mod war mine, ich war kurz weg. Genau, wir haben uns ein neues Ehebett gekauft und haben es hier rübergestellt. Ja, genau. Das alte, ja, war schon ausgeleiert, hat gequietscht. Na egal, so hier in den Kisten haben wir schon diverse Rohstoffe drin. Ja, genau. Hier Redstone, 14 Dias, wir haben schon einen Diamond Drill. Ja, wo ist man, ah, hier ist doch genau. Ah, hier ein paar Kupfer und so. Ja. Ja, hier einige Ohren, die wir noch schön langsam hier mit unseren Maschinen, am Wunder hier jetzt noch voll einschmelzen werden. Genau, ähm, wir haben hier Maschinen gebaut und da unten liegt ein Kupferkabel und da haben wir eine Bedrocks reingeknallt. Genau, so wird man es halt standardmäßig immer gebaut. Hier raus haben wir unsere kleine Ravati-Plantage. Nur kleine. Hier einfach ein paar Sätzlinge reingeknallt und fertig. Ja, wir haben ja überall so ein bisschen das angepflanzt. Hier haben wir ein Ungebet, einen Gast, stirb. So. Genau. Hier hinten ist unsere Mine. Wo bist du eigentlich? Ich pflanze gerade was an. Schlagze gerade Wurzeln, oder? Achso. Ja, unsere Mine geht hier nach unten. Ziemlich weit. Auf Ebene 12. Können wir da mal runterstolzieren. Creeper, Creeper, Creeper. Da habe ich schlechte Erfahrung mit denen. Ja, nicht, jetzt muss ein Haus laufen, nur Vogel. Genau. Gehen wir mal runter in die Mine. Genau, ich muss mir meine Sache weglegen. Damit ich sehe, dass wir doch gemeint haben. Das sieht man ja auch überhaupt nicht. Da haben wir noch News in den Koppelstern. Naja, und genau, in der Kiste. Ihr seht, wir haben ja auch die ganzen Rohstoffe rausgeholt. Ja. Hier noch jede Menge Koppelstern. Und Tanks noch. Hier ist noch 10. Also noch 10 eher. Dann haben wir hier noch überall Treppen reingemacht. Besser gesagt, Mod hat hier Treppen reingemacht. Ja, und hier sind alles so Gänge. Ja. Die wir gemeint haben. Ja, das braucht kein Sau. Die Gänge werden wir natürlich immer wieder erweitern hier. Ja, die werden immer länger. Und das hier ist unsere kleine Basis, sozusagen. Genau. Später werden wir hier verschneiden. Weil Pichai wahrscheinlich auch noch Maschinen runterstellen. Genau. Ist nur noch das Problem, wie wir dann den meisten Strom in Ordnung kriegen. Ja, eben ein Kabel runterlegen. Noch mal Generatoren aufstellen. So blöd. Ja, später mal. Gut, ja, dann gehen wir wieder rauf, oder? Und schauen mal. Würde ich sagen. Was wollten wir machen eigentlich? Wir wollten eigentlich in den Nether gehen. Ja, aber da brauchen wir erst Obsidian. Ja, dann müssen wir wieder nach unten. Ah, ja, aber... Ob das mit der Diamond wird auskitzig? Das heißt, wir brauchen Lava. Nehmt nicht den Diamond wird, hat keine normale Axt. Ja. Da müsste einer drin sein, oder? Nee, auch nicht. Ich hole eine. Bring mir auch noch eine mit. Okay. Wo könnte denn am besten Lava sein? Vielleicht so draußen auf dem Norden Lava? Nö. Trotzdemherum ist die ins Lava, ne. Ne, Öl, sieht man. Gleich so drei Blöcke abgebaut. Lava! Ja, für höchste Lava meistens. Äh, auf der 11. Ja, das bodeln wir uns... Wenn nicht sogar tiefer. Bodeln wir uns noch ein wenig nach unten. Ja, bodeln wir uns noch ein bisschen nach unten. Äh, ich wollte Spitzkrieg bauen. Genau, aus Kobbel. Ne, eigentlich aus Eisen habe ich mir gedacht. Ja, denn... Ich hab jetzt... Ich wollte... No. Ja, dann eben aus Eisen. Immer diese extra Wünsche. Ja, ist ja besser. Kobbel würde aber reichen. Ja, aber mit Eisen kannst du wenigstens den ganzen Rohstoffen abbauen. Das stimmt. Sonst musst du wieder mit dem Diamond Tüll machen. Ah, was war da? Kommt vor. Dann wollten wir ein... Wie hieß der Generator noch mal? Geo-Termal. Geo-Termal. Ah, ihr habt wieder reizt. Ach, ich fang wieder viel zu viel an. Ne, gehe nicht herum zu meinen. Geo-Termal. Geo-Termal. Achtung, Stufe. Jetzt hast du wieder Lichter, heiße Wacken. Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Ach, ja, nicht mal mit deinem Grund. Ja, ich gehe auch tiefer, du Vogel. Ich gehe auf neun. Ich bin mir nicht sogar acht. Ich bin jetzt auf vier. Er ist zu tief. Ja. Und ich habe keine Fackeln mit. Aha, ich schon. Darf ich wieder nach oben laufen? Weißt du, was ich arg finde? Wenn du Lava suchst, findest du keine. Weißt du, was gut wäre? Ja, ein Eimer mit Wasser. Das wäre gut. Soll ich einen mitbringen? Ja, wäre vorteilhaft. Okay, dann bringe ich einen mit. Denn sonst werden wir nicht weiterkommen. Das stimmt. Dann müsste ich nochmal rumlaufen. Und darauf hätte keiner hier Lust. Glaube ich nicht, ne. So, wieder Whetstone, eh klar. Also Whetstone, Kohle ist ziemlich viel in dieser Welt. Ist mir aufgefallen. Wir haben keinen Fackeln mehr. Ja, mach halt welche. Kohle müsste da sein, habe ich ja gebraucht. Jetzt wollte ich gerade mit einem Eimer ohne Wasser noch inlaufen. Oh, das hätte Sinn, ja. Hm, aber eigentlich finde ich keine Lauer. Aber war nicht in meinem Vokan, na, ne? Äh, ne, ne, nicht wirklich. Ah, ich habe mehr Diamanten. Diamantenreich ist diese Welt nur, weil Feuerstuhl, glaube ich, das ist, äh, generieren lassen. Die Forst wird mehr Diamanten generiert, deswegen. Genau. So, es ist noch keine Lauer gefunden. Ach, da wurde mir auch um. Boddeln wir so lange, bis wir Lauer finden. Genau. Mit hat eine Mining-Folge. Ah, Kupfer, ich lasse jetzt auch erst mal alle Erze aus. Ich möchte jetzt einfach mal... Ja, die guten Erze nehmen mich schon mit weh. Aber jetzt dann und so. Ja, aber nicht Kupfer. Ja, Kupfer hat man hier in Übermaß. Aber Eisen oder so. Hm. Denke komisch, dass man hier nichts findet. Wenn man mal Lava braucht, dann hat man gar nichts. Mal Eisen. Boddeln mich einmal schnell mit dem Martin Diamond Trudel durch. Kies. Ist keine Schaufel oder wie? Na, dafür habe ich ja den Diamond Trudel. Ach. Oder glaube ich, in meinem Rucksack hätte ich noch Spitzack und Schaufel gehabt. Ja. Okay. Das könnte eine lange Folge werden, bis wir Lauer finden. Ich denke, die wird vorzeitig abgebrochen, die Folge. Ja, ich schneide dann in Camtasia, wenn wir nicht gleich was finden. Naja, schneiden brauchen wir nicht. Lass mir einfach, dann ist es halt einfach meinen. Ach, genau. Der Wille war ja da. Können wir nicht dafür, wenn wir nicht zu finden. Das stimmt. Hier riecht es nach Essen. Ich spiele oder nicht? Ich spiele das nicht. Kläre Frage. Ich spiele jetzt nicht nach Lava. Oh, ihr scheiß Gravel. Ja, das hasse ich wie the best hier. Zum Glück habe ich eine Schaufel. Na, jetzt finde ich MRI. Also, ich meine hier schon ziemlich lange in eine Richtung und finde gar nichts. Jetzt irgendwie sehr wenig Lava. Irgendwie. Ich versuche mal mein Glück in die Richtung und etwas höher. So, hier ist ziemlich dunkel. Ach, wieder Redstone. Jetzt bin ich in einer Höhle. Ja, da stehen die Chancen eh ziemlich groß, dass du zu Lava bekommst. Das ist so eine Scheißhöhle, wo keine Lava ist. Eine Scheißhöhle. Da ist Wasser. Die ist voll mit... Ja, dann hast du nichts Wasser. Äh. Ich habe hier wieder jede Menge Kohle. Oh, Kohle, Kohle. Oh, doch. Oh, schon wieder Redstone. Ich habe hier Lava blubbern. Ja. Wieso gehen meine FPS nicht runter von... Jetzt habe ich 103. Lol. Ja, wahrscheinlich musst du noch etwas einsteigen. Die sollen auf 30 runter. Da musst du bei Forbes wahrscheinlich noch einen Haken setzen, hast du vergessen. Ja, ist... ist... Das hat die FPS... Deswegen... Nee, nicht nur bei der FPS, sondern dass du sie nicht erhöht hast, oder gibt es noch einen eigenen Haken, den du setzen musst. Alles klar, aber mach das erst nachher. Ja. Was ist... was ist besser? Emerald oder Saphir? Ich glaube, Saphir. Moment, eine Saphir-Spitzhocke. So weit habe ich eine Axt. Hatte schon nicht Lava blubbern? Ich werde es noch immer blubbern. Man kann nicht sagen, woher. Ja. Wow. Hier ist ziemlich viel Lava. Okay, ich komme. Ja, du weißt ja nicht noch mal, wo ich bin. Das stimmt. Aber du hast kein Wasser. Das stimmt. Aber hier habe ich ziemlich viel Lava. Hm, das bringt dir Lava unnötig. Oh, du müsstest mich ja sehen, oder? Doch. Ich weiß ja, wo du runtergehend bist. Genau, und dann einfach... ...den Weg entlang ist eh nur einer. Deswegen. Ich bin ein langer, aber ich meine... ...den Weg entlang ist eh nur einer. Eben was essen. Hier, hier in der Bedrock schon inzwischen. Klick, klick, klack, klack. Kling bei mir. Ich bollere wenig. Ich höre hier was ab. Ich höre ja was ab. Ja, es wird dich schon mal gleich. Ja. Oh, cool. Boah, haben wir genug. Ein wenig, ja. Ist da drunter noch Lappen? Normal, glaube ich schon, ja. Nop, nop. Okay, dann ist gut. Alalalala. Ich habe einen Obsidian tun. Oh, ich auch. Zwei. Wie viele brauchen wir eigentlich? Oh, Lava. Nehmen wir einfach nur mehr. Nein, jetzt ist mein Wasser verloren. Na super. Doch. Auch nicht. Wir brauchen eigentlich zwölf. Zehn, glaube ich. Aber nehmen wir gleich mehr mit, wenn wir irgendwas, wenn wir hier wieder brauchen. Genau. Ja, spätestens, wer war das Redstone brauchen wir wieder. Genau. Lass uns am besten gleich alles mitnehmen. Wir müssen halt dann die restliche Lava auch noch zuschütteln. Hm. Ah, Redstone ist auch noch da. Und wie viele hast du? Ich habe keine Ahnung. Äh, zehn schon. Oh. Okay. Hm, boah, jetzt geht's gleich. Ah, okay. Ne, dann machen wir einfach hier die Folge zu Ende. Und machen wir später dann eine neue wieder. Okay. Also Leute, bis dann. Wir werden hier noch weitermachen. Und ja. Vielleicht sehen wir uns in Nita wieder. Ja. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss.